Oh, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Naja, es ist abgebrochen. Ja, wir spielen auf jeden Fall hier das Gute alle. Ich komm nicht drauf. Ja, ich bin ja auch gekickt worden. Stand off mal wieder mit dem lieben Danny 2.0. Komm doch mal drauf. Ja, das ist Italy. Ja, du bist, glaub ich, drauf. Ja, Startgame. Ja, wir spielen den lieben Danny 2.0. Und pro Kill kriegt man eine bessere Knarre. Ich kann mich nicht bewegen. Doch, kann ich. Und nur wir beide sind hier. Es können aber auch noch andere dazukommen. Na. Da ist er, da ist er. Ich tu ihn, ich tu ihn. Keine Sorge, Leute. Ich tu ihn schon. Ich glaub, ich hab ihn gesehen. Hä? Ich sag's, er versteckt sich jetzt nicht. Wo bist du, Digga? Wo bist du, Digga? Digga, die Zuschauer wollen Kämpfe sehen. Komm jetzt her, ey. Hopf, dich zu verstecken. Hallo. Da ist er, da ist er. Wir haben nur 60 Herzen, aber wir können ihm noch ein paar Schüsse geben. Ich weiß nicht, wie viele Herzen er hat. Und wir kennen ihn jetzt einfach. Bam, da haben wir ihn. Und wir haben... Geil, die macht geile Schüsse. Kannst du deinen Sound ein bisschen runterdrehen? Oh, shit. Bam, da haben wir ihn wieder. Wir haben ihn wieder, wir haben ihn wieder. Schnell hier rein. Wo bist du? Ich wusste, dass er hinter mir steht. Deswegen hab ich mich umgedreht. Weil er so verdächtig ruhig war und ich Rüte gehört hab. Okay, Leute. Kein Problem, kein Problem. Ich bin natürlich... Ach, shit, er ist ja auf der anderen Seite oben. Mal sehen. Ich seh ihn. Ins Visier nimm. Und... Ich hab auf die falsche Tasse gekriegt, dass... Alter, du hast... Kurzzeitig hab ich deinen... Ja, ich hab den Server. Face gesehen. Oh, nice. Ja, 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 ich seh sie alle. What the? Nice. Jetzt sind auf jeden Fall noch mehr Leute drauf, Leute. Dann wird's echt cool. Leute, Leute. Leute sind drauf. Leute, wir machen sie fertig. Hoffentlich. Ja, Titus ist halt ein berühmter Name, Digga. Titus heißt der Server, auf dem wir hier spielen. Habe ich dir Kühlschaden gemacht? Ich hab gegen drei Leute oder so gekriegt. Ich mach die aber alle fertiger. Is, 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 is. Ah, einer ist ja schon weiter als vier. Das sind halt alles die Masters. Das bist du, oder? Ja, Killer. Robo 19. Ach, komm. Ja, gut, ich hab aber wieder einen. Ich glaub, ich bin am weitesten. Welche hast denn du? Nee. Guck doch mal oben. Ach, stimmt. Einer ist weiter. Das bist du. Das bist du. Nein! Will ich ihm einfach keinen Hit geben? Hab ich dir Schaden gemacht? Hallo. Hab ich dir Schaden gemacht? Da bist du. Wer hat dich? Äh, Ad, Anta. Was? Was? Der hat mich voll überrascht, dieser Hamza. Ähm, Parmesan. Ja, wir nehmen auf Parmesan. Warum Parmesan? Was red ich hier für eine Scheiße, Leute? Digga, was? Ja, man hat halt so... Was ich kacke finde an diesem Spiel? Stand-off. Dass man einfach keine, ähm, so wenig Patronen hat. Und wenn man dann keine Patronen mehr hat, nicht mehr schießen kann. Das ist oberkacke. Der ist mir, der ist mir. Ad, hör auf, ihn zu töten. Junge, was ein Ars. Ei, ei. Nein! Mann, wie ich gegen zwei gekämpft hab. Alter, jeder ist schon... Zu, der mit der Snipe. Nein, ich hab viele gemacht. Und was zu? Ich bin eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wie viel... Oh, oh. Ach, toll. Ich bin dritter. What? Wie vieler bist du? Ich muss ihn auf mich aufmerksam machen. Ah! Schon der finale Knarre? Oh, gut. Der darf jetzt nicht. Da ist er. Nein, der hat mich auch mal getroffen. Ist es einer aus meinem Team? Ja. Ja, Leute, wir gewinnen auf jeden Fall. Ich komm auch, ne? Ich versuch so vier Kills, wie es nur geht, zu machen. Und das mach ich ja immer, Leute, für euch. Nein, schon wieder. Der ist saugut. Wie heißt der? Ähm... Avanter. 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 Okay, sehr gut. Ich weiß, ihr seht aber, wo sein Versteck ist. Da sind wir noch geschwitten. Also, Leute, kein Problem. Ich will auf jeden Fall. Ich kill ihn jetzt auch. Na? Schon wieder! Ja, ja. Er hat dich nicht immer wieder. Ich seh ihn. Er tötet immer mehr Leute. Im Fehlen nur noch zwei Kills. Er steht dort oben bei euch. Er steht über dir irgendwo. Hallo. Hast du ihn? Er muss abstauben. Bam. Ich glaub, ich hab... Nein, das... Der hat abgestoppt. Toll, ich hab fünf Herzen. Dann würde ich sagen. Hallo. Hallo. Hallo? Ah. Das bist du, oder? Ja, geil. Ich hab fünf Herzen. Was? Ich hab's überlebt. Was? Match End. Okay, Leute. Können wir noch eine Runde dranhängen? Oder ging die Aufnahme zu lang? Ja, es geht noch. Ja, die Aufnahme ging zu lang. Okay, Leute. Bis bald. Tschö mit. Tschö. Tschö. Tüüü. 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 Tüüüü.